Moin moin und hallo Leute diesmal wieder ein Ladebildschirm und es geht weiter mit Let's Play Together, Battle Forge und ne, Let's Play League of Legends Nicht Battle Forge, ich bin voll durcheinander Und Mitarbeiter Darkness 4498 als Blitzcrank und ich als Wayne Und du redest zu schnell Und in unserem Team Wayne, Blitzcrank, Wise, Temo, Renekton Und als Kinder haben wir Blitzcrank, Annie, Urgott, Lee Sin und Shyvana einen Jungle Danke Jetzt habe ich Aufmerksamkeit Ja Uncle Wise Bei mir bist du noch nicht fertig Bei mir schon Weißt du, was auch geil wäre? Erschöpfen Mit dir Warum? Wenn du ihn zu mir ziehst, dass er nicht so schnell wegkommt Dann hau ich ihn in die Luft Weißt du, was noch das geilste ist? Mit Dings erschöpfen Das geilste wäre, wenn ich jetzt erstmal wieder den Fullscreen anmache Ähm, Alter, dein PC ist gerade laut Mit Heimer erschöpfen Weißt du, wie so, wenn am Anfang hast du ja nicht deine Ulti Warum lag das gerade? Lol, lol, lol Ich sollte meinen Server ausmachen Warum bist du überhaupt dann? Äh, Terraria Achso Weil wir gefarmt haben und das nicht aufnehmen wollte, weil es langweilig ist Und warum lag das lag, etc. Ah, jetzt geht's wieder, oder? Ja, jetzt ist es wieder Das sind mal die paar Sekunden, die Anfangssekunden, so Das ist das erste Mal, dass drei Leute schreiben YouTube Ja, YouTube Wenn jemand schreibt Good luck and the fun Ist mir sonst noch nie passiert, dass drei Leute zurückgeschrieben haben 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versand Die Dunkelheit sollte mich fürchten Also, ich geh nicht nach vorne Damit ja klar ist Alter, was leckend das Moment mal Verdammt Oh mein Gott Ha Konnte ich da daneben grabben Das coole ist aber, weil ich mir noch nie vorher durchgelesen habe Das Silberbolzen Er hat nur 300 Mal Ahne, was für ein Scheiß Weißt du, was das Geilste an den Silberbolzen ist? Bei jedem dritten Angriff Also, die ist da Dass er das absoluten Schaden verursacht Also, auch gegen Tanks Gut Nein, 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 nein Aus Nice Bam Wen haben wir nochmal? Oh Gott Haben die ein Kurzzeitgedächtnis? Schlechtes Recht zum Schaden Akkrimiert Ey Warum haben die keinen Carry? Ist doch echt asozial Schon Keinen Mana mehr Boah, du bist so schlecht der gegnerische Blitzkrank ist viel besser der hat er hat auch ein Saphir-Kristall siehst du er ist besser ich habe aber keinen Kauf dir einen nö Adam wenn ich in die Säure gelaufen naja wo man eigentlich überlegt wenn man eigentlich überlegt ist es bei dir müsstest du verrecken weil deine Säure ätzt deine Mechanik und so ein Scheiß weg meine Gelenke werden weggeätzt ähm worüber könnte man sich unterhalten ich hatte abends kriege ich immer wenn ich äh ok darüber kann man sich auch mal unterhalten mir fallen immer am Tag so welche Themen ein wo ich sag ey die konntest du mal im Together ansprechen wenn du planlos bist aber dann vergess nicht wie bist du es dann wieder am Tag also wenn ich nicht am PC sitz so wenn ich live free live free live real live so ein bisschen während des Essens und während des Essens ja guck doch mal ja tut mir leid ich bin vergiftet wir sollten vielleicht auch mal in Carry fokussieren aber alter langsam nervt das nein und an den prämen ich kann ja toll die mir hier reingekommen ich habe mich gerade selbst und genannt politisch wo du recht hast was man wirklich muss dagegen da was ist denn da, warum leckt das so und sonst leckt das nie, weil ich das verstehe ja hatte ich auch eben hä? und nun läuft das wie flüssig ja nun läuft das wie flüssig aber ich hatte eben ein paar Legs ja jetzt schon wieder ich hab normalerweise auch nie Legs was ist denn das? oder die Leute aber sind wieder überlasst es kann auch mal wer sein nein der ist ausgebildet aber nur ein Lauftempo ist es irgendwie ne Kunst ja hätte ich n ich konnte ja nur in die Richtung die sind ein bisschen weiter rechts in welcher Gegner sein warum zieht er einfach sein weil er daneben schlossnacht vielleicht wir standen auch nicht mal in der Nähe wie gesagt, Item Builds sind erwünscht in den Kommentaren wenn ihr mit mir spielen wollt, registriert euch über den Link weil ich dann euren Namen sehe und ich hasse, wenn ich 1000 Freundschaftsumfragen kriege weil ich nicht weiß, sind die jetzt auf dem Game mit denen ich eben gezockt habe oder sind das jetzt verglichen die Abonnenten etc. Leute was für einen Link meinst du überhaupt? weil Akano LP hat, kennst du den? nur, was für einen Link meinst du überhaupt? ich hab einen Link registrieren bei Lolle Überschreibung und zum Beispiel kam jetzt auch mal und dann bekommst du eine E-Mail oder was? ja dass ich der jetzt äh dazu dass er mich als Vermittler sozusagen angegeben hat und dann kriegst du einen Namen, wie er da heißt und dann blubblubblub und dann kann ich auch mit denen spielen und ich hab so gut wie kein Mana mehr aber ich werde dir jetzt auch immer mit PNs angeschrieben äh ich heiße Akano LP Beispiel und ähm, ja das ist ein bisschen blöd für die anderen dann noch hält es sich ja noch in Grenzen obwohl und hab schon mal brauch mal ein bisschen Mana mit Glide einsetzen lol ich? das ist was ich Mana verbrauche ja ich bin nicht Urgott alter das nervt ich guck mal jetzt ja aber jetzt hat er keinen Mana mehr hat er gefehlt ja er hat aber was für Mana-Rack was denn? äh achso er hat doch was Merki Mäki Anhänger oder so ein Scheiß Mäki Anhänger ja ich kaufe mit Urgott und mit zuerst mit Dorans Klinge das soll ich dir gleich mal back ja mach mach ich hab jetzt auch wieder genug Leben direkt gerekt 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 regeneriert wird erst besser ah nein warte zum Glück hab ich nur noch geschlagen aus sah ihm geil aus jetzt weiß ich was passiert wenn zwei Blitz Kranks sich gleichzeitig grabben warte warte ich ich glaub den wir sonst entkommen aber die Atomstern waren nice ja ja so ist ja lustig aus aber eben als wir uns gleichzeitig gegrabt haben will you speak German? no ich auch nicht ähm 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 das war eben nicer grab scheiße macht ein bisschen zu viel Schaden also eben wirklich ich hab zwischen zwei Vasallen rein durchgegrabt so morgen muss ich mal die restlichen zwölf Parts Minecraft hochladen was dann mit den beiden Battles die wir noch aufgenommen hatten Battles? die lol? ja die sind schon längst oben war krieg ich das auch wo ich mit dem Java den Quattra hatte? ja die sind schon hochgeladen ich hab nur den gesehen auf der 3-3 so ich hab's wirklich noch mal für einen Grab alter ähm ähm was irgendwie unlogisch ist was ich finde worauf mal gesagt ich hab das nicht drauf probiert auch wie viel FPS hast du immer aufwebs äh 60 äh das ist wenn er es lädt dass man auf 30 stellen soll und das sind flüssiger läuft der 30 reicht auch ja aber warum soll das da flüssiger laufen verstehe die Logik dahinter nicht ähm ähm vielleicht liegt es daran dass die mehr FTS man eigentlich ist dass die mehr Rahmen verbraucht das 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 dann das war ähm Rahmen weniger strappelt Dings äh auch die hier ein so er so lange ich nicht davon ab Einen Kanten weg zu gehen. Ich hab Angst vor diesem Griff. Was machst du da? Oh Gott. Bisschen gefährlich, ne? Warum? Was ist, wenn nicht der... Der Blitzcrank? Ja. Da wollte ich. Und heilen. Und KS. Scheiße. Ich muss tot. Ja, egal. Hauptsache, okay, ne? Ja, so kann man nicht immer denken. Ja, aber jetzt... Jetzt denke ich mal so. Naja, da kommt die Dichter da runter. Ne, die ist da oben. Und Top verkackt? Was hältst du eigentlich... Ach, jetzt hab ich ein Gesprächsthema. Was hältst du eigentlich von dieser Loll-Map? Die neue... Falls ihr sie noch nicht kennt, also die meisten kennen natürlich den All-Random-All-Map-Mode. Gusto 1 gegen 1. Den gibt's mal wieder, also der wird als Mode hinzugefügt. Und auch noch, sonst müsst ihr jetzt mal bei Google eingeben, All-Random-All-Map mit. Leech of Legends, dann würdet ihr auch fündig. Und den gibt's auch als Map. Also dafür gibt's jetzt extra ne Map, die dafür gedacht ist. Und ja, was willst du tun davon? Nein! Hol ihn dir! Wie soll ich mir den holen? Nein! Hol ihn dir! Nein! No, no! Wie soll ich den denn holen? Äh, hast du Flash? Ja, flashen und dann aus, weil ich rolle. Wärst da nie dran gekommen. Komm, wir wollen noch ran, hier ran. Greif, komm ran. Nee, freut nicht. Kann der mal da weggehen? Okay, der macht schon. Gehörst du dich. Alter. Jetzt hast du dich noch mehr. Ich hab lange nicht mehr mit Wayne gespielt. Ja, aber der dann auch will ich leben, ne? Äh, und die Schwander ist auch gekommen. Ja, das ist schon, genau. Der SS ist alt von dem Renekton. Er hat nämlich auch schon eh eh danach geschrieben. Das ist doch nicht beim Jungle-SF, oder? Äh... Skill? Hä? Ja. Ja, wie gesagt, wie führst du jetzt in neue Leute? Scheiße. Scheiße? Ich hab's ja auch gezogen. Ich hab's ja auch gezogen. Ich hab's auch gezogen. Ich hab's auch gezogen. So, wie führst du denn jetzt? Ich hab's ja genug Zeit zum Reden. Äh... Und ich bin's in eins nach nicht schon. So, vom Design her. Äh... Weiß jetzt nicht mehr, wie's aussieht. Wie ne Map. Stop Feeling, schreibt der Thämon, ne? Da die gleiche Statistik wie ich. Annehmen, als sogar ein Unterstützen besser. Und trotzdem sagt er, ist ich auch von Sitz-Fieden. Was ich immer kompliziert finde, ist die Logik. Gut zu zocken und dann noch irgendwie so... Ich kann nicht irgendwie hier reden und gut spielen gleichzeitig. Ich lenkere mich, aber bloß sie in dem Moment, als sie angekommen, war der Turm weg und dann mit der Blitzbank geklappt. War ein bisschen problematisch, die Situation. Konnte ich nix machen. Ach so, Turm, ich hab Tom verstanden. Ja, Tom, der war auch kaputt. Und die Annie pusht mir da in der Mitte zu viel. Ja, aber die steht dann immer sein. Annie ist nicht so dumm, wie die auf unserer Lane. Blitzcrank. Blitzcrank. Cool. Wir haben. Nein, willst du nicht? Äh... Wollen ich mich verarschen? Kann Annie stunnen? Ich bin scheiß Pech. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Fails muss es geben, wir sind menschlich, oder? Nein. Fuck. Ich nicht. Bald geht eh die Welt unter, dann sind die Videos eh nicht mehr da. Denk so. Also laut LeFloid haben die meist die Schaltjahre nicht einberechnet, damit werden sie jetzt schon im Jahr 2013. Wenn er recht hat, dann sterben wir nächstes Jahr. Hast du dir jetzt schon mal Elo-Tricks angeguckt, also sein Intro? Du kannst ja beim nächsten Schreiber mal machen. Ach, das ist der Typ. Hier am Freitag, oder ja, es war am Freitag, da hatten wir einen Musiknamen raten, die es gespielt mit Personenraten, weißt du? Wo man eine Person an die Tafel schreibt. Ja. Und der, der davor sitzt, erraten muss, wer er ist. Und hat eine Elo-Tricks dran geschrieben, ich wusste nicht, wer es ist. Jetzt weiß ich es, okay. Muss ich mal angucken. Also es war ja, ich hatte ja das ja gesagt, wie er sich begrüßt, ne? Guck dir das mal an, wenn du gleich sterben wirst, oder sowas. Hallo, ich und sterben? Ist ja nicht so, als wäre ich schon drei Mal gestorben. Ich auch. Ja, aber du hast auch drei Kills und eine Unterstützung, ich hab eine Unterstützung. Der T-Mos aber schlechter. Naja, eben das eine Mal war Pech. Tower war zu schütt, als ich angekommen bin. Hab Blitzcranker gegrabt und zwei Gegner rein. Und das andere Mal, Gegner ran vorbei und dann... Boah, du bist so fail. Klappe. Das ist jetzt, weil ich mit dir spiel. Scheiße, Mann. Die letzten drei Spiele, als ich mit Blitzcranker gespielt hab, waren gut. Ist deine Schuld. Ja. Hauptsache, der kriegt keine Kills, ne? Los, auf ihn. Du hast drei Kills. Also heul mal nicht. Okay. Das kann ich so... Ähm, die ficken gehen. Los, auf. Auf, Annie. Willst du mich verarschen? Auch geht's? Was machst du? Ich hasse diese KS-A-Uli, die ohne Scheiß. Ich kenne eine Person, dessen Name ich mich nennen möchte. Den du sicherlich kennst. Mythos D und so, ne? Näh. Das ist jetzt nicht den, oder? Das ist ja üblich besser. Das sind nicht mehr noch mehr. So kann ich den abkürzen. Der KS-Auswahl mit der Scheiß. Mit der Scheiß. Mit der Scheiß Blitzcrank-Ulti. DN-Alessen. Die Stimme ist ja auch noch, dass es so ein Scheiß angewählen hat, dass er gut wäre. Ja, also, das ist das fucking Übler-Spieler. Es geht nicht darum, aber wenn er es kann, dann kann er es dann mit seiner Ulti, was? Was das Schlimme ist? Du hast jetzt schon wieder einen Daumen runter. Fuck. Aber, ne, bei den letzten Läuperts war noch kein, bis jetzt noch kein Daumen runter. Irgendwie sieht der Weiskin scheiße aus. Auf jeden Fall ist der Haut da. Ich hab was gemeinsam. Ich bin zu dem blauen Anzug da. Ey, komm mal her, Blue. Ne, ich geh da grad mal nie mit dir helfen. Ja. Ja, nur ich mir, Blue, ne? Eiskalt. Ja, ich wär auch ein Kill. Wirst so schlecht, du stirbst gleich. Verdammt, das ist eine Verarschung. Hast mich. Könnte dir helfen. War es eine große Hilfe. Dankeschön. Ja, dafür geh ich selbst gleich drauf. Habt ihr noch einen Kill gegeben? Bin voll nett. Und ich mir gleich einen Tod. Und ich war kein Strang. Also, wir wollen wieder von Anfang an schicken, guck auf die Andy. Habt ihr das noch nicht ganz runter gemacht und plötzlich kommen da zwei Gegner. Wir sollten echt Andy fokussieren, weil die nervt. Ach. Ich kotze mich an. Renekton irgendwie sind. Eigentlich hat er, ist Renekton nicht. Naja, Lee Sin ist aber auch so ein Squidgey-Champ, ne? Nein, ist er nicht. Am Anfang nur. Renekton auch. Also, Lee Sin ist am Ende scheiße, aber am Anfang können wir ihn noch gut in Sound halten. Alter, was ist das denn? Warte, einen Moment. Und ich warte. Und ich warte. Noch. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Immer noch. Und ich warte. Und ich warte. Und ich sterbe. Und ich sterbe. Und ich warte. Nein, ich warte und sterbe. Oh, 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 oh. Du bist so ein dreckiger Lacker. Das hatte mir David auch schon mal gesagt, weil ich immer mit einem Balken weggekommen bin. Ich bin kein Lacker. Skill. Wir hatten uns über irgendwas unterhalten. Wovon wir ab... Neue Map. Nein. Ne, ne. Hast du dir das jetzt von Elotrixer angeguckt, da? Gedöns? Ja. Ah, mach das mal, wenn du stirbst. Mach das mal, wenn du stirbst. Was denkst du von mir? Denkst du, ich bin so wie der mit D.endpunkt? Der macht sich gleich zwei neue Accounts und geht mir ab. Lol, ich will sie. Nein. Ah, das ist doch scheiße, ihr seid voll die Nubs. Hallo, ich hatte keinen Leben. Ich bin mir verreckt, wärst du da gewesen? Ja, ich muss mein Leben recken. Alter, warum Stuntler so nah? Ich hab auch nicht monentlich Leben. Oh, Cheater, hast du sonst immer. Aber jetzt machst du deinen Hack aus, ne? Jetzt machst du ihn aus. So sieht's aus. Das kann nicht sein. Entscheide für den da oben. War bist du schlecht. Dieser scheiß KSler. Ich weiß es nicht. Was würden Sie denn? Ich hab die bis zu 50 AP runtergehauen und dann kommt dieser Scheiß-Temo. Meinst du, sie sind noch irgendwie da? Ich hatte schon mal... Der Thema will mich noch verarschen. Ganz scheiße. Ich weiß es, was ich mir und soll. Hey, guck mal, der da ist. Die sind schon mal. Die sind das AP, die sind das AP, äh, AD meine ich. Was ist das AP? Ja, ich meine AD, ich hab nicht versprochen. Wo Gott ist das AP. Drei AD und zwei AP. So, wer ist denn der Größte? Fiel aus unserer Temo. Guckt ihr Temo Statistik an. Und das ist der, der geschrieben hat, Stop Feeling, ne? Eins, sieben, zwei. Er ist der, der geschrieben hat, Stop Feeling. Ich fass es nicht. Muss Renekton helfen. Los. So, Gott haut vor mir ab. Oh, oh, scheiße. Weg, 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 weg. Ich esse den Weg, um wegzulaufen, ist immer noch hinter die Wasein. Und Annie. Du, toll. Oh. Oh, nur den Carry. Oder diesen an. Diesen Carry. Ja, so meint er, wäre so einer. Komm, 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 komm. Ah, nice. Jetzt bin ich noch näher am Geschehen. Oh, Mann. Oh, 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 oh. Warum hat die so viel Leben? Ja. Items. Ich stebe mich gerade nur, stebe mich nicht. Nein. So schnell war es einfach nicht, denn. Alter, Merla kann man gar nicht mehr haben. Back, 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 back. Sie sind nur, nur weil er schlecht ist. 2000. Ja, meint, glaube ich, insgesamt. Es ist von Dragon Ball. Dragon Ball? Wusstest du, dass das ein Übersetzungsfehler ist? Von Amerikaner? Warum ist eben meine Aufnahme ausgegangen? Weiß nicht, wieso, aber meine Aufnahme ist ausgegangen. Und du bist tot. Ja, das stört mich nicht, aber warum ist meine Aufnahme eben ausgegangen? Weil du tot bist. Ich wollte dein Tod nicht aufnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Leute verpasst haben. Aber ich habe noch Kills gemacht. Falls ihr es nicht gesehen habt. Und bin eben gestorben. Nein. Ich bin gelackt. Eben gerade. Ordnung. Nice. Also wusstest du, dass die... Das mit Over 9000 Übersetzungsfehler von den Amerikanern ist? Warum? Normalerweise heißt das 8000. Ist auch... Ist auch vom Deutschen so. Und warum ist das jetzt so wichtig? Gab es da irgendwie sowas Besonderes? Dass da zum Beispiel 8000 Gegner da genau abgezählt waren, dass es doch 9000 waren. Oder 9000 Kekse, die die Weltherrschaft an sich halten wollten. Die Kampfkraft. Von so einem Goku. Weißt du, seine Stärke da. Soll ich mir jetzt... ...das gefrorene Herz kaufen oder nicht? Oder erst... ...drehen, äh, dieses schwarze Kreuz da. Der will mich irgendwo hinlocken. Ich lass mich nicht sagen. Ich muss sagen, ich hatte mir einen Guide angeguckt. Auf die Draft. Wo... Also da stand, welche Items in den Builds da... ...auf der Seite... ...am meisten benutzt werden. Das war ein gefrorenes Herz. Manamune und... ...diese schwarze Kreuz da, wo ich den... ...muss töten. Ich muss helfen. Oh, oh, oh. Scheiße, Leute, verkleinert. Nein. Ah, gut. Na, man. Das ist so scheiße. Ja. Vor allem, wenn man beim Weglaufen... ...so eine scheiß Meldung kommt. Der Datasave, Local Backup, Update verfügbar. Und man da hofft... Wie dumm ist denn der? Der läuft noch mal in drei Gegner rein. Lauf doch gleich noch mal in fünf rein. Ist besser. Ach, das kenn ich... ...stirb man schneller. Kenn ich von ein paar Personen. Johann. Nee, Johann hat sich eigentlich... ...hast du das Game nicht gesehen, verpässt. Ja, aber bei Twitch ist er auch in die Gegner reingelaufen. Ja, was soll man bei Twitch ansonsten machen? Du musst ja immer von hinten kommen und so einen Scheiß. Er ist von vorne in die Gegner reingelaufen. Ähm, ich hatte... ...ich hatte mal so einen Twitch, der war die ganze Zeit unsichtbar. Bloß als nur noch so ein Balkentyp da war, dann hat er sich sichtbar gemacht und sich den Kill geholt. Ja, ist das was ziehen, er holt sich die Lastwits. Ja, das ist voll so eine... Ja, aber ich meine, im Teamfighter kann man doch wohl mal helfen. Ah, okay. Ich meine, auf der Lane, den soll er es ruhig machen, aber... Erinnert mich das nicht an irgendjemanden? Es heißt, das ist jetzt eigentlich unnötig geworden. Ja, später. Lol. Danke. Es war so klar, dass die da drin steht, deswegen habe ich da reingegrabt. Oder das Beste sind ja auch immer noch die Leute, ich will mir einen Buff holen, er macht irgendwie Last Hit... ...und die schreiben immer alle Danke oder Thank You. Das nervt richtig. Oder bei Kills, so wie eben. Ja. Brauchst du eh nicht. Na? Wie gesagt, ich erwünsche Tipps für jetzt Wayne, du auch für Blitzcrank oder... ...bleibst bei deinem Motto, das ist das Beste und ich möchte nichts anderes haben. Außer eine Freundin. Ich zeige bei dem Motto, dieser scheiß Blitzcrank hat sich irgendwie geheilt. Und deswegen hat er überlebt. Alter, es sind doch voll die Rassis. Keine Ahnung, wie er sich geheilt hat. Er hat keinen Heil mit, aber... ...hat es für sein Schild aktiviert, aber sein Leben wurde auch... ...oder wird das Leben auch durch die Passiv. Weiß ich gar nicht. Nö, das gibt nur noch mal ihren Schild. Aber es gibt kein Leben dazu, aber er hatte kaum noch Leben. Glaubst du, es ist schlau, wenn ich jetzt hier ins Gebüsch reingehe? In der Fall war das voll unfair, da danach dann die Szene auch noch kam. Ich möchte Urgott, aber ich möchte nicht die Annie da am Weg kommen. Ja, aber die Annie ist halt da. Ja, mach ich so. Und sei mal nicht so diskriminierend gegenüber kleinen Kindern. Hey, die macht genau so viel Schaden, wie du mit Annie gemacht hast. Ah, ist auch nicht blöd. Ach, ich dachte, alle Spiele außer dir wären blöd. Du doch nicht, Daste. Jetzt ist er geschmeichelt. Jetzt kann er nicht mehr reden. Doch, kann nicht. Ja, Väter auf Tour. Hol dir doch mal, äh, Ednas unheiliger Gral. Nein, überlebt das nicht. Überlebt das nicht. Überlebt das nicht. Nein. Scheiße. Was hast du eigentlich für Schuhe? Dreierboots? Nein. Ionische, damit ich in der Gruppen kann und so. Wie behindert das aus? Thank you, Blood? Blut? Warum muss der Diplitz-Crank ausgerechnet dem Moment, in dem Moment, wie ich sende, wer? Alter, der redet mit sich selbst. Nein, er meinte, Dings-Themo, aber weiß ich was, aber Blood meint. Das ist verschrieben und meinte, ich danke, Blut. Nee. Das würde keinen Sinn ergeben. Doch, das Vampir. Er ist mechanischer Vampir. Oh, ich habe Angst, Blitz-Crank. Mama. Los, Eltern an die Front. Sagt es schon, James Bond. Ich kämpfe mal gar nicht mehr hiermit. Ja, sieh wieder diese Leute da aus den Teamfights hier. Nein. Kam nicht dran. Du, Sonny, dieser KS, der weiß das. Danke. Mein Job. Den Carry, ich muss gefiltert werden. Wenn du so willst. Ein gefilterter Carry kann das ganze Spiel entfallen. Ein gefilter Carry ist ein guter Carry. Ja, ist auch wirklich so. Carry kann das ganze Spiel entfallen. Aber kein Toter. Mama. Doch, Toter auch. Durch den Toten Carry kann das Team verlieren. So lange meine Mama bei mir ist, kann ich nicht verliehen. Deine Mama ist tot. Siehst du, ich bin ein Lacker. Deine Mama ist tot. Und so, so überlebe ich meistens. Deine Mama ist immer noch tot. Schon für meine Mama. Dann ist sie aber nicht mal bei dir. Welche meinst du? Oh, macht Spaß so zu reden. Ich weiß, dass du nur eine Mutter hast. Jeder hat nur eine Mutter, die anderen werden Stiefmütter. Boah, er weiß das. Spiegel hier zu mir etwa nach. Weil ich selbst eine Stiefmutter habe. Okay, weil, dass du keine Stiefmutter hast, das weiß ich selbst. Woher? Moment, ich hole ihn mir mal. Internet. Cyborg. Noll. Ich kann einen wegkicken. Nein. Ich kicke ihn genau zu dir. Dieser Scheiß. Die Sin ist... Nein, 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 nein. Eiklerte Damage. Timo, ich wollte den Blitzcrank mit, weiß nicht, 20 HP grappen. Und dann zieht sich der Lee Sin zu mir vor mich, dass er die Hand abbekommt. Hä, habe ich ihn nicht gekillt? Er hatte noch richtig... Nein, er hat damit richtig weh geblieben überlegt. Ich habe einen Hit dann zu wenig gemacht. Sorry. Hä, ich war es gar nicht dabei, als ich ihm das kenne. Äh, doch. Nein. Ich habe es auf Video. Ich war dabei, wo du von drei angegriffen wurdest. Ich habe Lee Sin zu dir gekickt. Ach, du. Der Kuh ist ja der Schuld gewesen, dass ich ihn mit mir vergraben konnte. Zeig dich an. Wegen Behinderung. Hilfe für den Gegner. Wo, bei eBay? Schieß den Gegner vor meine Kuh. Vor deine Kuh? Hauptsache du zeigst mich nicht bei eBay an. Das mache ich danach auch. Nein, das ist nicht. Oh, heilen. Verdammt. weil ich sie zu mir zieh in die Luft schlagen oder mit meiner Erdkirche also ich mach den Damage und er kriegt die Kills oder was wer? TEMO ich hab noch keine Kills außer 4 ich hab... oh ich hab gar keine so schlechte Statistik meine ist irgendwie... naja aber immer noch besser als die von dem TEMO hauptsache das äh ihr könnt das dann auch bei Karaoke Party enden er singt den ganzen Tag lang er freut sich darüber mhm man muss die Schatten dürften hattest du auch vorgeschlagen Battle Karaoke Party wär bestimmt lustig aber erstmal kommt ja noch das Low Battle wenn Dings Level 30 ist ich möchte aber immer noch ein ähm... Level 30er dazu haben naja 25 dann kriegt man aber keine EP ne wenn ich stört mit so einem Level 5 an Team der so vorgibt Level 30 zu sein ha 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 nein ich weiß es nicht verdammt schon wieder verkleinert ich will wieder vergrößern du weißt was passiert mein Loll vergrößert sich nicht und verschwindet aus der Taskleiste dann willst du wieder öffnen passiert das wenn du irgendwas klickst oder ab und zu? ab und zu wenn ich irgendwo hinklickst beim Laufen ach soo ah dann äh wie auf der Karte unten rechts nein auch beim normalen Laufen weil wenn es auf der Karte unten rechts ist mache ich immer links klick um schnell zum Bildschirm ranzukommen wenn jemand bei Skype bei mir da ist dann ach warum nimmst du nicht Annie? ich muss mich jetzt anders hinlegen ich komm die ganze Zeit an den rechten Bildschirmrand ey hier war Schwanner so jetzt gehts komm schnapp sie dir ok ooooh ich hab gesagt schnapp sie dir ähm ich bin weg aah aber ich auch guck sie sich für Wacker an 35 HP toll äh kannst du eigentlich äh mit Fähigkeit, Stärke oder Angriff bestimmen? also wie viel Schaden dein Schild abfängt oder wovon ist es abhängig? ähm mein Schild ist Mana lass dich also 50% meines Manas kriege ich als Schild also jetzt 1000 äh 5 äh 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 kein Plan nein scheiß Ohrgott mit seiner Ulti ich hasse ihn Ohrgott finde ich irgendwie am Anfang schlimm aber nachher fähig den Scheiße Naja ich finde den Anfang ein bisschen schwer zu spielen aber am Ende finde ich ihn gut ich finde ihn am Anfang scheiße als Gegner weil er immer aus so einer hohen Range immer seine Fähigkeiten reinhaut und Blitzcrank wenn der nicht da weg geht ist er sowas von tot ich mag auch was eigentlich recht kaufe ich mir jetzt auch aber warte bis der nächste Champ rauskommt ich glaube ich habe irgendwas das zum Beispiel gut ich frage mich worauf die Leute Entwickler warten es gibt schon eine neue Map das äh ein irgendein Typ 1000 Euro spendet ich warten bestimmt darauf äh auf noch einen neuen Champ statt dass sie schon den Skin rausbringen und die Map was für ein Champ was ich will doch nicht Schlimmes gibt es noch nichts der Timo ist schlecht obwohl er er hat SRD Carrier Timo Timo aber das ist nicht offiziell ist er Unterstützung ja auch wie wenn ich bin und Supporter Tank eigentlich wie kann man Timo Unterstützung spielen wenn es in der Leiste ist das muss ja beim Champions Ball der Sturm Gegner nicht machen Timo ist der einzige Charakter blind machen kann oder nein wer noch Heimendinger mit seiner Kugel entweder Stunter und wenn er nicht Stunt macht er blind so ist was denn nicht ja KS geschaffen ich wollte ich dachte ich meinte dass ich KS achso schon wieder hätte ich rausgegrappt versteh das nicht warum hätte ich immer rausgegrappt ich kann heilen sterben auch naja holen wieder auf mich geh weg nein holen wieder auf mich sterben auf mich guck mal da ist ein in zwei mit hier leid unterrückt mich wo ich noch mein Schild krieg gehen die auf Leben bei die Gegner ja soll ich mir Madrid oder Frosthammer weiß nicht ich auch nicht deswegen frage ich dich hier soll ich mir noch eine Warmox holen frage an dich weiß nicht warte Warmox was das sind schon für Items naja Wollte mir jetzt dieses schwarze Kreuz da holen schwarze Kreuz ja das heißt Banshee's Whale nö loll wo runter es gibt neben mana oder mal die Resistenz Abwehr, Leben und wie sieht das aus schwarzes Kreuz neben den Sonnfeuermhang rechts oder rechts daneben ja ja ist aber doch nicht schwarz der Hintergrund ist schwarz ja aber es ist blau lila dann halt so lila blau so eine Mischung ultraviolett nein das ist zu hell ich höre die unschuldigen aufschrei ich möchte die scheiße Annie töten weil sie der Schadenmacher ihr Blitzcrank nein Blitzcrank ist zu oben hm ich weiß nicht was ich mal holen soll Blutdürster ne schlundvollmalen Mortis oder so Frosthammer äh Dings Madrid oder Dings äh Dings ja wenn ihr tausendmal Dings habt dann kriegt ihr ne Mille Millionen Euro ja 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 was ist mir extra den Weg zu stellen ah ha was machen die denn da die gehen ja ich hab extra versucht mich vor eure Nektoren zu stellen damit Urgort ihn nicht mit seinen Klink trifft ich hab's nicht geschafft alter was habt ihr alle für und wer ist der einzige der nicht im Kampf ist Werden Temo ja Alter der Schilder Mictor wird gleich von Annie Vlissin und Urgort gegangt Guck mal dein Vasallen Farm Guck mal dein Vasallen Farm an ja und das ist mickrig und mit deiner Ulti kannst du so gut Vasallen farm und die hat nur ne halbe Minute abklingt Temo wird gleich von Annie ähm Urgort und Vlissin gegangt und was ist passiert er wurde von den dreien gegangt aber nicht in die Reihenfolge in der in die Reihenfolge ich steh gleich in der Reihenfolge auf in die Fresse ok ich warte wann kommst du denn so vorbei was würdest du machen wer will mich hier befehligen was würdest du machen wenn ich wenn es an eurer Tür klingeln würde deine Mutter oder dein Vater aufmacht und dann du Schreie hörst und dann merkst dass ich gerade reingekommen bin und deine Eltern haben gebracht Kuchenbacken ein Kuchenbacken ich hab jetzt auch so einen Oreo Kuchen ja gegessen du scheiß Urgort hey Beck das ist überhaupt ja, haben wir gemacht alter die die fokussiert die gehen schon wieder auf mich nein die haben eiskalt mich fokussiert hör mich auf das ist voll unfair ok mich kann ich ja noch verstehen ah die verfolgen mich ah lass mich in Ruhe alter das war knapp alter ihr scheißlack ich brauche irgendeinen Tank oder so vor mir der was aushält dann hole ich mir gleich noch eine Dengens Warmox statt dem Stab des Erzengens den ich mir eigentlich kaufen wollte weil ich bin ja eigentlich nur da hinten in der letzten Reihe und will Schaden machen wenn ich Alter, haltet sie doch vom Töten des Turms ab ja wie denn?! du kannst sie wegziehen ja hatte ich eben schon beim Nitzcrank gemacht und ihn gekillt also was hast du eigentlich für den score mal nach guck 15 naja so spät der eigentlich wirklich St alle meinen letzten drei Statistiken waren nicht schlecht die waren alle gut sagst du jetzt aber beweisen kannst du es nicht also es spielt immer schlecht Screenshot machen und ähm dir den und den dann hier oder auch was aufnehmen und dann als Videoantwort und ein Video machen lasse ich nicht zu Hans aber machen aber ich muss es erst genehmigen ich hab das so eingestellt ja fein du kriegst den nicht du DREKINGER KEISER ich hab nur einen Hick gemacht weiter so los ich warte ich dachte der Keister wäre DN sei auch der nicht ähm Alter ich kann nichts dafür wenn ich Last Fits mache ich schieß einfach nur normal auf den wenn ich den Kehl kriege ist das Glück ich hab das nicht nun wiederfass ich aus der Menge gegrappt wie geht das dass ich es immer ich hab mich erwischt nein er fährt schon unter schön oh ihr seid alle da äh der Dornpanzer ein Gegner wurde getötet du bist tot ja durch Dornpanzer ich wusste gar nicht dass er Dornpanzer hat scheiße so schlecht so schlecht so schlecht sag der mit ner was mit 15 15 schlattestik und 27 verbrechen der Stadestik ist gut guck mal da sind immer 5 Abstand sowas kriegst du nett hin sag ich aus dem ich bin Supporter denk alles zu mir ich ich sterb ja ok dann mach mal bin dabei tschöch nein aber guck mal der Temo der ist AD der haut Schaden rein und ist trotzdem schlechter als ich über den kann man lachen seit einem Support mehr über 3 Dads mehr Temo ist einer meiner Main Champs wir haben wie heißt denn eigentlich Temo oder Timo also ich kenne ganz viele die Namen Timo und es gibt doch welche Namen Timo ich glaube ich muss mir mal ein Champion Spotlight von Riot ansehen weil die wissen ja wie er heißen soll ja ähm Blitzkrieg äh 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 wie meinst du ich sag es einfach mal der blaue Blitzgeist wie wird denn in deiner Meinung nach ausgesprochen der Name von dem äh blaue Blitzgeist hä ja der Magier da der mit dem Blitzen da der seine Range verdössern kann sag es mit absolutem Namen äh der mit X der mit X versteh ich nicht ah sehr raff ja genau ich hab jetzt absolut nicht den Namen gesagt weil ich mit deinen Aussprache wissen wollte von dem Namen ja ja keine Ahnung die Projekte aus also bei neun Champs das ist ja leicht aber bei den ganz alten da käme ich auch nicht aus aber bei neun wie Draven das kennt man ja weil man sich ja eigentlich meistens die Champion Spotlights davon anguckt beim Champion Spotlight wurde der Name Zeriff ausgesprochen puh hasst mich alter Schawanna Hilfe Hilfe Scheiße maa ey ich schrei sogar 10 mal Hilfe und keiner kocht hallo ich bin selbst geweckt guck mal der Temut er läuft mir noch mit von Elotrix guck mal der Temut der läuft nur mit Full Life rum und warum und warum geh auf den Kanal und sag und guck einfach nur die 10 Sekunden an ja Elotrix Elotrix HD ne guck dir einfach die Begrüßung an äh angesagt da keine Ahnung was sein also so Elotrix sagt ach das war der von dem du erzählt hast und wie viel ist da sein Begrüßung ähm anders ich fand sie seriös naja tschau tschau Leute bis zum nächsten Mal euer Washi Timo schlecht gleichfalls